Da ist das Drachenbaby. Und das ist so der erste Zwischengegner. Das Drachenjunge. Miamm, miamm, lecker fressen. Kein Groh mit in Klammern gesetzten Übersetzungen. Hau drauf du Sack, hau drauf du Sack. Okay, nicht so gesund. Nein. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Oh fuck. Nein. Nein. Oh. Oh. Lauft. Schnell. Fuck. Nein. Nein. Wie. Oh. Fuck. Beweg dich du Sack. Stöööö. Du Vieh. Ich hau dich zu klumpf, du Drachenfeech. Ne, das war jetzt ich, das Drachenfeech sagt einfach, boah, jetzt bekommen wir einen Bobbel. Du hast einen magischen Gegenstand bekommen, toll, ich bin allein, alle anderen sind tot. Nein. Was jetzt? Ach, stimmt. Die Leute sind tot, bis man das Bild verlässt, dass es mir irgendwie passiert ist. Einfacher Trick. Ähm, ja, das reicht für das Erste. Hier ist ein altes Tor, das mit einem Energiefeld versperrt ist. Alte Energiefelder? Warum an einem solchen Ort? Das ist eigentlich eine Art, äh, auch so eine Steintafelprüfungsgeschichte. Warum? Ja, das ist aber nicht ein Magiestein. Jetzt kommt eigentlich die Sequenz, die man beim Interview sieht, quasi mit dem Gegner geschlagen. Die checken erstmal, was so geht. So. Ach, das braucht 42 Magiepunkte, äh, Magiepunkte. Da z ouf. Töntlich, ich gucke. D alegre. Oh, nö. G cockpit. D ép pour hat ihr Select hangen, obras sind発幅, indem Cupohatleách, wie gzt visto, oder war und habe conectätig zu haben, mit kleinem Bechipelasin, auch nicht mehr. Es geht nicht mal? Oh, nö. Ja, das ist einfach nurinen neighbour. Da auch. Jo, das heißt, dann geht man quasi zum nächsten Übergang. Ja, ich muss dasselbe erst nachschauen, weil das ist so ein bisschen unübersichtlich und ich bin nicht ganz ausgeschlagen. So, ich brauche ein Gewicht auf dem Lösungsbuch. So, hier können wir wenigstens, steht hier was dran, ah, auf der Wand steht etwas geschrieben. Rettungsgondel. Diese Gondel fährt von dem fünften ins erste Untergeschoss. Missbrauch wird bestraft. Ähm, na, ich glaube, da hat keiner ausgegeben, können wir das jetzt mit reinmachen. Ähm, willst du mich verarschen oder was? Ob man mit der Loche wohl wieder nach unten kommt, nach oben fährt? Ja, wir können sowieso nichts machen. Und jetzt runter springen, das wäre lustig. Nein, äh. Genau, und hier müssen wir... Also, die Wegfindungs-KI stellt sich echt manchmal dämlich an. Ups, mich auch. Gut, vielleicht imitiert die echt nur echt sehr dumme Spiele. Äh, sehr schlechte Spiele, nicht dumme. Okay. pakab Assum. So. Ich- Chase. Ich- Chase. Ich-Chu-Chu-Chu. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt besser als das letzte Mal. Ich bin heute nicht wirklich sonderlich konzentriert. Und dann auf alles drauf schlagen, was beträgt auf den Bäumen ist. Das ist eine Glücksmünze, das kann ich jetzt schon sagen. Die macht ja mehr Schaden wie der Zwerg. Nein, ich muss noch sügen. Ja, hier sind die Texturen manchmal etwas irre. Kann man nicht schlagen, dass sie wieder aufwacht? Die obligatorische Sandwich Watch quasi, dass sie wieder aufwacht. Warum kann ich nicht heilen? Ach komm. Ach komm. Ja. Ja.